Servus, moin und herzlich willkommen hier zu Thales beantwortet Fragen. Die heutige Frage lautet, wenn ein Schatz sagt, du bist so und so und funktionierst unter diesen Bedingungen, ist es dann unumgänglich, danach zu leben, um glücklich, erfolgreich, gesund zu sein? Oder gibt es Spielräume oder geht es auch ganz anders? Na ja, zuallererst, das ist schon mal eine grandiose Frage, finde ich. Und ich versuche da mal ein bisschen drauf einzugehen. Zuallererst müssen wir verstehen, dass Human Design eine angehende Wissenschaft der Differenzierung ist. Das heißt, wann immer wir ein Human Design Chart aufrufen, basierend auf unseren Geburtsdaten und der Geburtszeit, die natürlich auch exakt sein muss, weil diese ganzen Feinheiten dann erst richtig dargestellt werden können. Wann immer wir dieses Chart betrachten, dann müssen wir verstehen, dass dieses Chart natürlich erstmal nur, so wie Raas sagte, ein Stück Papier ist und erstmal nichts weiter. Das sind dann Informationen, da gibt es Informationen über die angebliche bewusste Seite und Informationen über die angeblich unbewusste Seite. Die schwarze Seite, die sozusagen eher die Persönlichkeit, den Verstand darstellt und die unbewusste rote Seite, die eher das körperlich-biologische darstellt. Nun sind wir natürlich da ein bisschen in einer komplizierten Angelegenheit, wenn wir das betrachten, weil wir uns selbst ja immer nur über das Selbstbild, über die Identifikation von dem, was wir denken zu sein, identifizieren, erkennen und so weiter und wahrnehmen auch. Und die andere Seite, die rote Seite, uns eher verwehrt ist. Das heißt, das, was wir denken zu sein, ist nicht mal die Hälfte von dem. Und warum? Naja, weil ein Human Design Chart auch Rezeptivität aufweist. Also alles, was weiß im Human Design Chart ist, ist ja auch vorhanden. Das heißt, rot und weiß zusammen ergibt immer mehr, als wenn da jetzt irgendwelche schwarzen Aspekte aktiviert, hängend und so weiter im Human Design Chart sind. Das bedeutet, erst mal, es gibt keine direkte Identifikation mit dem Chart. Kann es nicht geben, weil vieles davon uns überhaupt gar nicht mental zugänglich ist. Das heißt, naja, man kann jetzt analysieren und dann darauf schließen, dass ein Mensch so und so im Bestfall funktioniert, also im echten Selbst sozusagen, in der wahrhaftigsten Form des Selbst, was sich da durch dieses Chart ablesen lässt. Zum Beispiel, wenn jemand ein definiertes Sakralzentrum hat, das zweitletzte Zentrum von unten, dann könnte man davon ausgehen, dass dieser Mensch seine Energie einsetzen muss, um eine gewisse Erfüllung im Leben zu finden. Wofür das jetzt eingesetzt wird und wann das eingesetzt wird und mit wem und an welchem Ort und unter welchen Bedingungen, das kann man nicht exakt sagen. Also wenn wir Human Design betrachten, wenn wir ein Chart betrachten, dann muss man ja davon ausgehen, dass wir hier erst mal nur eine Differenzierung sehen. Also es ist schwer jetzt zu sagen, im Sinne von, hey, du bist dein Chart. Das stimmt auf der einen Seite, aber wenn man genauer hinschaut, dann stimmt es nicht mehr. Denn das Chart zeigt dir lediglich, was dich von allen anderen unterscheidet, was dich einzigartig macht, was dich eben zu diesem Menschen macht, der du bist. Weil wir alle eine gewisse Begrenzung, eine Limitation haben. Dein Verstand, mein Verstand, deren Verstand hat eine Begrenzung im Sinne, wie er wahrnimmt, wie er sieht, hört, schmeckt, also wie das alles verarbeitet wird auf Basis des Verstandes. Also jemand, der jetzt vielleicht eine Perspektive der Hoffnung hat, über die Variablen kann man das sehen, der wird die Welt ganz anders von der Perspektive her wahrnehmen und dann auch über seinen Verstand ganz anders verarbeiten, wie wenn jetzt jemand eine Perspektive hat, die auf Sicherheit aus ist. Nun, dann gibt es hier noch die Frage, geht es denn auch anders? Gibt es Spielräume? Muss man denn danach? Also ist es unumgänglich, danach zu leben, um glücklich, erfolgreich, gesund zu sein? Letztendlich würde ich schon behaupten, dass es unumgänglich ist, wenn man wirklich glücklich, erfolgreich und gesund sein will, dass man sein Design lebt. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie ein Dogma, eine Ideologie und sowas ist, zumindest aus meiner Sicht und aus vielen Jahren experimentieren, kann ich sagen, dass das, was ich im Human Design sehe und lebe und das, was mir gesagt wird als meine Strategie und innere Autorität, das war schon immer da. Also das ist jetzt nichts Neues. Es war auch von Anfang an nichts Neues. Es war nur überraschend und vielleicht auch ein bisschen schockierend, dass man das über das Geburtsdatum einfach mal so ablesen kann. Also ich war schon immer ein Mensch, der recherchiert hat, der investigativ war, der ja über die Vergangenheit nachgedacht hat und über diese Reflexion dann auf irgendwelche Erkenntnisse kam. Ich war schon immer jemand, der Klarheit bringen konnte. Ich war auch schon immer jemand, der eine sehr variable, ja sehr, sehr flexibel mit meiner Stimme umgehen konnte. Ich war immer sehr interessiert an Musik und an Ausdruck, weil das eben eine offene Kehle so mit sich bringt. Die meisten Musiker, die wir kennen, haben eine offene Kehle und hier ist einfach ein ganz anderes Spektrum an Ausdruck möglich. Also Human Design ist im Endeffekt über das Chart dann und über jemand, der das Chart lesen kann, eine gewisse Bestätigung von dem. Es gibt ja eine Bestätigung von dem, was du eh schon wusstest, was so in dir schlummert als Kern und was vielleicht über die Konditionierung sozial wie auch über die energetische Konditionierung, die wir im Human Design dann über die Zentren und so weiter kennenlernen. Das war einfach verschüttet, das war unterdrückt, das war wie abgeschnitten, weil wir gehen in die Schule, wir gehen in den Kindergarten, wir haben Eltern und Großeltern und Freunde und soziale Hintergrundfrequenzen, Kultur und so weiter, die uns natürlich prägen, wie wir zu sein haben. Also wenn ich jetzt ein Projektor bin, der in Deutschland aufwächst, dann werde ich ganz anders kulturell und über meine Familie geprägt wie jemand, der vielleicht in Afrika aufwächst oder in Lateinamerika. Das wird ganz anders sein. Also die Konditionierung ist zwar immer sehr ähnlich, weil die Stammesqualitäten ähnlich sind, aber es wird dann doch ganz anders ausgedrückt. Das bringt mich jetzt zu dem Punkt, dass ich sage, okay, es gibt gewisse Spielräume, denn alles, was du im Human Design Charts siehst, hier gibt es keine Interpretation. Es geht hier darum, dass es grundlegende Mechanismen gibt, also zum Beispiel der Mechanismus des emotionalen Zentrums, Solarplexus, ganz rechts dieses Dreieck. Der Mechanismus ist, dass es hier immer Wellen gibt. Es gibt immer ein Hoch und ein Tief. Es gibt immer eine gewisse Freude und Hoffnung und ein Tief von Schmerz und Unhoffnung. Also man weiß nicht, geht es jetzt weiter oder was passiert jetzt? Das ist ein Mechanismus, der wird immer da sein für jeden Menschen, der emotional ist. Das ist unumgänglich. Aber in dem gibt es den Spielraum, dass man hier wachsen kann im Sinne von, dass man Reife entwickelt für seine Emotionen. Denn jeder Aspekt im Human Design Chart ist ein Potenzial. Ein Potenzial ist ja kein festgeschriebenes So-ist-es, sondern ein Potenzial sagt, hier kann etwas entstehen. Und was genau, das wissen wir nicht. Nur weil jetzt dein Chart zum Beispiel sagt, du bist ein Projektor, der hat den Kanal 1.8 und es hier um zu präsentieren und es muss individuell sein und wird sich eher unsozial oder asozial in der Kultur oder in dem Kollektiv selbst empfinden. Was auch immer da jetzt stehen würde, heißt es nicht, dass du das selbst dann so erlebst im Detail, dass du das genau so auslebst, wie es jetzt als verallgemeinerte Information ausgedrückt wird. Weil man muss überlegen, jedes Tor, was du hast, hat eine Substruktur. Das heißt zum Beispiel Tor 1 kann in der ersten, in der zweiten, in der dritten, in der vierten, in der fünften, in der sechsten Linie, je nachdem, verschieden ausgedrückt werden. Und jede Linie hat dann wieder sechs verschiedene Färbungen und jede dieser sechs verschiedenen Farben hat dann sechs verschiedene Töne, was dann auf die Kognition, auf die kognitive Architektur unseres Seins zurückführt. Und dann gibt es da jeweils wieder fünf verschiedene Basen. Also im Endeffekt gibt es 1080 oder über 1080, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel, es gibt tausende an Variationen, wie ein Tor sich allein schon dann zeigen kann. Und auf der Oberfläche ist jetzt dann eben Tor 1, das Schöpferische, ja. Und Tor 8, der Selbstausdruck. Und das Zusammenhalten und wie auch immer. Das sind verallgemeinerte Dinge, die uns helfen, das zu verstehen und dann zu entdecken, indem wir einen Hinweis haben, indem wir an etwas festhalten können, mental, um es zu beobachten. Denn erst wenn wir etwas benennen können, dann wird es in unserer Realität ja auch erst vorhanden, sage ich jetzt mal für den Verstand. Das ist dieses typische Ding von, du kaufst ein rotes Auto und plötzlich siehst du überall rote Autos. Erst wenn es in unser Bewusstsein gelangt, erst wenn wir etwas benennen können, dann würde es uns auch auffallen. Und dabei hilft uns Human Design. Das heißt, es gibt Spielräume, nämlich in dem Sinn, dass wie du dein Projektor, Generator sein, dein sakrales Zentrum, deine Kehle, deine Offenheit, wie auch immer, wie das dann genau ausgelebt wird, was das Potenzial darin ist, was das Selbst sich, was das Selbst, das wirkliche Selbst hier dann zeigt oder auslebt, das kannst nur du wissen. Wir können lediglich sehen, was ist der Mechanismus, was ist das Fundament, was ist die verallgemeinerte Bedeutung davon. Ich hoffe, das hilft und bis zum nächsten Mal.